Hallo Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Andi Räupe. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Hallöchen. Ja, im letzten Part haben wir drei Level abgeschlossen. Und zwar das letzte Level der Spaceville und jetzt im Film Frohsens-Tal. Im letzten Level. Ja. Der Solazo-Match. Okay. Oh, ich glaube, das habe ich im Trailer gesehen. Ich glaube, das ist ein cooles Level. Okay. Ich meine, das hat man in dem Trailer gesehen. Das ist mal sehen. Das sah aus wie ein Rennen. Genau. Schnapp dir den Sieg mit deinem Solarauto. Im Sonnenstrahl fällt es schneller im Schatten, langsamer Weg nach links oder rechts, um die Fahrsport zu wechseln. Okay. Wir funktionieren damit zwei Spiele. Und wir schnappen uns erstmal unser Auge. Oh Gott, wir müssen wir so alles klar. Rechts. Nicht im Schattenfahren. Mal schon wieder so viel Multitasking. Blume. Blume. Ganz rechts mal eine Blume. Egal. Rechts. Und jetzt nach rechts. Und jetzt nach rechts. Was wir machen, ist einfach. Geschenk. Ich hab's verlaufen. Schon an den vorbei. Aber wir müssen sogar erster werden wegen den Glühungen. also wenn ich mal gegen die spielen würde und ich die zu gesicht zu verlieren ja ich bin sowieso nicht da sind sie wird dann staub das erste blumen ist zwar hier das haben wir gut gemacht relativ schnell und wir sind auch noch erster geworden oder die menge dreht durch und dort ist 20 herzen coole sache ich habe gesagt gar nicht drauf geachtet weil ich musste ja den joshis oder es wird sein wenn er für eine mission hat flaschen bitte ja ich weiß wo sie ist die habe ich gesehen ob sie sind in diesem level wenn wir ja irgendwann sehen die rückwärtslevel machen aber erst mal so nah so sagt es die bühne so rechts gewesen genau rechts rechts ist da unter daumen links ist stark auf rechts rechts wir mussten einen boxenstoff einlegen die belästigen kann ich gut wir mussten unseren profi das war ein staub besser und unser benzin noch mehr sie schnappen ist aber ich habe mich sehr näher dann schauen wir ja wichtig ist ein rennen vor allem in engen kurven nehmen das ist schneller da ist er das hat er hat gesehen ja klar und jetzt müssen wir weinen denn wir müssen ein gewinnen gewinnen das ding gesehen das mein tag hat sie das mal gesehen also hast du da und von hoch geflogen was hat gesehen ich hatte sechs eier schön dann werden immer noch sechs münzen gewissen ich würde jederzeit noch mal machen müssen wir ja noch rückwärts noch immer aussehen geht ich habe auch das level oder mal kommt und das sind wir jetzt mal ausgeben 250 geld ausgeben das ist nur eine kleine schatzkiste aus plastik das ist ein platz sie glauben das wie eine echte schatzkiste ist ja schon wieder ganz verschwitzt und wirkt der berg leppenwels rote solar auto kipp box ein kipp block im blau ja himmelsblau solar auto himmelsblau der himmelblaues und ein gelbes auto ein bisschen so aus ich bin so neuer zum grenzen ich habe auch ein bisschen auch so mal so dass nicht die besser ich glaube so viel kann man gar nicht mehr kommen ja und dann kommt das juwel dunkeln im dunkeln gruselig ja und so am besten gefallen ja wir leben sie doch wir würden dafür sterben ja vielleicht sind wir noch wenn er dich sieht dann lauf hat er sagt mir auf einmal für den slasher film da kann man neben neben sich reinkommen der oder niemals noch nicht man muss durch die fenster wohl dass sie geduckt der dreht sowohl gruselig ich muss mir kriechen damit ihr uns nicht sehen ganze familie dann kommen wir uns ein wahnsinniger das wäre ein spiel für die ganze familie jetzt kann ein bisschen erstaunt gefährlich schon irgendwie so angefangen wenn er die sieht dann ja da war wohl gruselig wenn ich sie dann laufen dein leben also was daran hängen würdest wenn man wir hängen an unserem leben ja wir sollten die es töten hat gibt es einfach nicht das sind nicht ohne wunsch gewesen Nein, ich will dir da nicht sagen. Lass uns nach Hause gehen. Wir gehen jetzt sein. Nein, 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 nein. Lass uns nach Hause gehen. Nein, nein, nein. Nein, lass uns nach Hause gehen. Mal schon auf einer Seite auf welche von denen sind, ne? Lass uns nach Hause gehen. Uuuuuh. Uuuuuh. Wenn man auch irgendwie töten kann, oder? Nö. Aho. 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 diese taktik und strategie oh mein gott so habe ich das recht nicht als er kommt von innen das geschenk das ist voll gruselig das nintendo ist eine folge macht ihr auch ich habe keine als taktische sterben die kommen von hinten wenn sie nicht ziehen da da ich weiß hat den gewinnt und ist immer darunter irgendwie kommen da kommt dann nicht runter mit vollem leben auskommen da hat es dazu tode gefallen na ja ja das ist doch leider aber normal ist schon wenn ich irgendwie hinter dem sein oder beziehungsweise dass wir daraus ist bei der reine hat noch taktische sterben ja ich auch danach das taktische sterben ja ich war geschlagen ja ich meine ich da war zu schnell waren und da kommt ja natürlich nicht so was ausgegangen er laufen das ist das level wollen das ist voll gruselig wie soll man damit 20 jahre mal so einzeln schaffen gerade aber ich habe ja genug zeit darüber nachzudenken ja 20 minuten das machen wir schlechte schleicherei allerlei mit schleichen von diesen typen werde jetzt schon wieder mit dem typ ist der rastische aus der kunde war ja okay ich verstehe ich habe es natürlich nur ausprobiert sind jetzt wundern den ginger da wo ich darauf stehe ja da kommen die typen das ist ein fehler ja habe ich auch wenn du mal neu starten ja ich hab nichts gesehen mein stuhl ja da durchkommt das ist der typ der rauskommt wenn wir da sind weg ja wir sind ausmachen ich war vergesslich gefällt ich weiß nicht da ein schub sind man macht überhaupt keinen sinn weil wir beide an irgendwie durchleiten entschuldigen wenn ich muss ein ausschalter sein dann haben ja 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 jetzt sind ich von da ja dann funktioniert ja das ist so stressig diese level irgendwie entspannt zu werden die linge sehr sich mal entspannen will und nicht immer so unentspannt sein würden haben wir schon in den spiel haben wir schon gesehen nein nein die kommen noch nicht gegen die kante nicht so wie jetzt einfach mit lassen wir sind hier natürlich ich glaube fest daran bestimmt irgendwo schon ein geschenk verpasst du mit noch mal auf die knapp drücken nicht an oh now oh 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 ja es ist auch schalter wir kamen in einem letzten moment ja so angegriffen noch mal eine münze Eine 1 zu mir. Eine Münze. Das gibt es nicht. Wir müssen ja eh noch mal in Glammeln. Ja. Das wird auf jeden Fall ein guter Backtracking-Part. Ja. Wenn nicht sogar 2. Dann landet er weg. Hm. Wir wollen rennen bei dem Part, ja? Ja. Jetzt vorher geht es weiter mit... Mit dem Level Zahnrosts Fabrik. Hm. Gut. Ja, bis dann und tschau. Bye bye.